Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Göttingen. Das Objekt wurde 1982 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Dachterrasse, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 58 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 623 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.